Kürzlich haben wir Ihnen gezeigt, was passiert, wenn man einen Elch in Schweden beleidigt. Waddis, redest du mit mir? Komm her, du Scheiße! Ich polier die Fresse! Ich mach nicht Platz, du Dreckslappe! Ein Einzelfall? Nein, es hoffen sich ähnliche Meldungen. Auch in der Tierwelt gibt es viele Trittbrettfahrer. Jüngstes Beispiel, ein Jäger hat außerhalb der Jagdsaison einen Hirsch beleidigt. Du Eimer Scheiße machst mich an! Du Wixer, ich mach Jägerschitzel aus dir! Bleib hier! Ich weiß wohl, wo du wohnst, Mann! Ich seh dran für deine Frau, dein Haus, dein Auto! Ich seh dran für dein Gottverdammtes Leben! Ja, er hat's große Knappe und jetzt willst du abhauen? Ich schlag dich kaputt!